2019 ist es soweit. Der Kur- und Urlaubsort Bad Gögging feiert 100 Jahre den Titel Bad im Namen. Gehen Sie mit auf eine Zeitreise. Schon vor 1919 war Gögging für seine heilsamen Schwefelquellen bekannt. Mit dem Erfolg der ersten Kurhäuser Römerbad und Trajansbad wurde 1919 der Titel Bad für den Ort beantragt. Seit dem 30. Juni 1919 darf er sich Bad Gögging nennen. Kurkliniken, Reha-Zentren und Limes-Therme machen Bad Gögging auch heute zu einer Top-Adresse in Sachen Gesundheit. Damit blickt Bad Gögging auf 100 Jahre ungebrochene Tradition als angesehener Gesundheitsort. Dort, wo einst die Gögginger an der Abends ihre Gänse hüteten, verbringen heute Urlauber und Einheimische ihre freie Zeit. Mit Kurortflair, Wohlfühlunterkünften und Limes-Therme genießen Urlauber in Bad Gögging Erholungs- und Gesundheitsurlaub. Früher wie heute sind die ortseigenen Heilmittel Grundlage der Behandlungen. Und Bad Gögging verfügt über gleich drei Schwefelwasser, Mineralthermalwasser und Naturmoor. Gehen auch Sie im Jubiläumsjahr 2019 auf eine Zeitreise und erleben Sie am Festwochenende und bei den verschiedenen Veranstaltungen rund um 100 Jahre Bad Gögging die Vergangenheit dieses geschichtsträchtigen Kurortes.